Servus Jungs, wir stellen euch heute den Powerjumper Sprungkrafttrainer vom BFP-Versand vor und jetzt viel Spaß beim Video. Der Powerjumper Sprungkrafttrainer ist auch sehr leicht anzulegen. Wie ihr seht, muss man einfach mit den Beinen in die Schlaufe steigen, das Teil nach oben an den Bauch ziehen, alles schön fest schnüren. Es sind auch Klettverschlüsse angebracht, damit das alles sehr gut am Körper hält. Und wie ihr seht im Video jetzt gleich, müssen dann zwei andere Spieler an die Seiten gehen, mit dem Fuß in die Schlaufe steigen, das Seil auf Spannung halten. Und somit kann der Spieler, der diese Übung ausführt, auch gut hochspringen, seine Beinmuskulatur trainieren und diese Übung gut ausführen. Der Powerjumper Sprungkrafttrainer ist sehr gut geeignet, um seine Sprungkraft zu verbessern. Die Beinmuskulatur wird sehr beansprucht bei jedem Sprung. Ich selber war auch schon nach 10 Sprüngen total ausgepowert. Wenn ihr euch fragt, wie viel das Teil kostet, der Preis liegt bei 29,90. Und das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid beim nächsten Video vom BFP-Versand dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.